Die tschechische Künstlerin Eva Kotatkova hat hier im K21 einen Raum bekommen, den sie auf ihre Weise gestaltet. Wie man sieht, ist es ein surrealer Raum, ein surreales Ambiente. Wir haben hier fast eine Atmosphäre wie in einem Therapieraum mit verschiedenen Objekten an Stangen gehängt. Es sind Objekte, die einen vielleicht auch selbst als Betrachter an Objekte aus Kindertagen erinnern. Da sind alte Kochtöpfe, da sind eigenartige Gestelle, da sind Waschgeräte von alten Waschbottichen und alles zusammen, aber hier in einem Rahmen, wo man merkt, es geht um Erziehung, es geht um Körperformation, Deformation, aber es geht auch um geistige Formation, darum, wie man Kinder, und hier findet man immer wieder in den Collagen auch Kinderabbildungen, wie man ihnen eigentlich beibringt, erwachsen zu werden und die Methoden, die man dafür anwendet, die sind höchst eigenartig. Und dieser Raum für besorgte Objekte, so heißt der Titel dieses Raumes, beschreibt das genau. Die Titel dieses Raumes